Das anders gemacht. Wir haben das gemacht und da haben wir Zentrifugalkraft in beiden Richtungen. Heute Haltung, Gerade und Zentrifugalkraft. Das war das Thema von heute. Die erste Übung war Voleo auflösen und Grundschritt weiter. Aber danach haben wir das anders gemacht. Wir haben das gemacht und da haben wir Zentrifugalkraft in beiden Richtungen. Nach links erst mal und dann nach rechts für den Mann. Das Problem war... Was ist das Problem? Wenn ich sie hier führe, muss ich versuchen, dass ihr Schritt zumindest bei meiner Linie ist. Wenn ihr Fuß da ist, dann muss ich einen Umweg machen oder genug rechtzeitig stoppen, damit ich sie gerade hier mache. Ansonsten soll sie so weit wie möglich gehen. Und das schaffe ich nur, wenn ich gerade bin. Da? Gerade. Okay. Nochmal. Da. Gerade. Okay. Wo ist ihr Schritt? Warte. Genau. Sie hat meine Linie ein bisschen überschritten. Das ist, was ich brauche. Meine Rotation in dem Moment muss aber weitergehen. Ansonsten verliere ich sie. Und wir wollen natürlich nicht so enden. Wir wollen immer zueinander sein. Rotation, aber meine Hüfte bleibt so. Ab hier machen wir das. Und da ist die zweite Zentrifuralkraft wie ein Hiro. Die Frau muss aber aufpassen, dass diese Hand nicht zieht, wie wir schon oft erklärt haben. Da, hier bei ihr, da gibt es eine gute Aussistenz. Aber wenn ich das gleiche hier mache, sie verliert das Gleichgewicht ziemlich leicht. Das wollen wir nicht. Das gleiche passiert mit mir. Sie macht mir so. Ich verliere das Gleichgewicht. Besonders wenn ich so eine Verziehung mache. Jetzt Achtung nur ihr Rücken und meine Hand. Da haben wir die Zentrifugalkraft. Und das ist, weil wenn ein Körper und ein anderer Körper so herumschleudert, dann brauchen wir das, weil die Körper auseinander gehen. Die gehen nicht zueinander. Also dieses Konzept, das manche auch unterrichten, dass der Tango so ist, funktioniert für manche Sachen. Warum nicht? Kann auch eine Stilsache sein. Aber für Hiro funktioniert das nicht. Wo geht es auf einmal? Ein Portion Foto So is Unfortunately Untertitelung des ZDF für funk, 2017